Hallo und herzlich willkommen zu Necrox IP. Heute habe ich eine ganze Reihe an Leuten dabei, die irgendwie voll scheiße sind. Stellt euch doch mal alle nach der Reihe vor, vielleicht erst Cobus und so und... Ja, moin! Ja, das war Cobus? Der Nächste. Bin der Cobus. Klingt komisch, ist aber so. Ja, so ist es. Doppelfistene Chameleons werden die Welt erobern. Das war Kai, das war Kai. Genau. Die Schwuchtel von Mike kennt ihr ja schon, Norman ist auch dabei und dann haben wir noch den Bruder von Mike dabei, den Pass. Hallo. Und Tastak auch, hallo. Er hat Aids, ich kann das nicht sagen. Pass hat immer Aids. Er hat Aids, nein, kennt ihr den Piraten von Family Guy? Nein. Ihr kennt auch bestimmt den Piraten von Family Guy, naja. Hat er Aids? Er ist genauso wie der Pirat von Family Guy, plus Noah ist auch noch taub und stumm. Oh. Oh, 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 Tastak, oh. Trotzdem besser ein Loller als du. Und, und wieso auch immer, ich denke, ich habe die falschen Masteries mit. Hast du immer? Das ist dein erster Satz in jedem Let's Play, ich glaube, ich habe die falschen Masteries. Ich habe die ganze Zeit gesagt. Ich habe es doch sogar richtig eingestellt. Nein, ich habe die falschen Rufen mit. Weißt du, ich schreibe da die ganze Zeit, wir wollen ARD niedersehen. Und du nimmst einfach mal kurz was anderes mit. Ich habe die falschen Rufen mit. So sieht es aus. Na, hardcore. So, wer geht eigentlich bei uns? Das ist ja das asozialste Let's Play, was ich jemals gesehen habe. Ist auch so. Jetzt kommt hier alles so voll losgeschrieben. Geht das überhaupt? Was war das? Das war ein Geräusch. Ich glaube, es war der unheilige Yeti. Oder es war ein Biber. Ein Eichhörnchen. Nein, es war ein Biber. Beste Antwort, beste Antwort. Wer hat Aids, passt auf. Er hat auch Aids. Er hat noch mehr Aids. Kobus, geh mal einen Schritt nach vorne. Soll ich in die Falle latschen? Ja. Schade. Der ist ein Knopf drauf. Der Vogel, den man da hört, der hat auch Aids. Ja, aber mein Vogel hat immer Aids. Nein, das sind irgendwelche Vögel von draußen. Das ist so eklig am Frühling. Verschwende, du Ungar. Die sind eklig, die haben Aids. Die haben Gicht, die Vögel. Ja. Es gibt noch andere Leute, die Gicht haben. Provozier mich nicht. Ja, Galio Jungle, du bist echt OP. Galio Jungle OP. Best Gangs ever, Alpha. Ist so. Pass, du bist jetzt scheiße und das unsicher, dank Kai. AAAAAH! Mach mich nicht kalt, Kai. Maka, weißt du, wie ich... AAAAAH, mann, sowas ist nur zum Kotzen, so ein Yorick als Gegner. Ja, ich find deine Speere auch nicht grad geil. Ja, trotzdem, du hast eigentlich... Yorick, mann. Ich hab bis jetzt kein wirkliches Spiel mit Yorick verloren. Ja, Yorick. Ich hab Yorick noch nicht so oft gespielt. Und in der einen Phrase, ich hab sogar noch unglaublich viele Screenshots mit ihm. Sie werden sich an Yorick Mori erinnern. Glaube ich nicht. Jetzt sagt er auf Deutsch. Selbstverständlich. Die beiden spielen, glaub ich, beide auf Deutsch, Alter. Ich hatte das mal auf Englisch, aber irgendwie ist das... ...wie nicht viel anders. Ja, ist auch was ganz anderes, ob die auf Deutsch reden oder auf Englisch. Ja. Englisch haben die teilweise viel schönere Stimmenfarben. Auf Deutsch ist es lustiger. Auf Deutsch ist es einfach Kartoffel. Ich hätte nicht so viel Warn ab. Auf Deutsch steht man die Witze wenigstens. Auf Englisch auch, Kobus. Englisch oder was? Aber steht man die Witze? Du bist auch so ein Hillbilly-Kragas-Spieler, oder? Ich bin ein Kragas-Spieler? Ja, so ein Hillbilly-Kragas. Zeig dir gleich mal ein Hillbilly. Nein! Kragas ist wohl der geilste Champ ever. Kragas sieht einfach aus wie ich, das ist das Geile. Ich hatte auch mal einen Skin gemacht von Kragas. Ja, deswegen sag ich ja, Kragas sieht aus wie ich, das ist ja das Geile. Alter, ich brauch mal was Ekliges unten. Was Ekliges unten? Los, Pass, geh runter. Oh, Thomas. Hat er doch schon, er hat doch schon was Ekliges unten. Ja, ach, hey. Ach, hey, die Power. Nein, das war was richtig Ekliges, so von... Scheiß Amo-Moi. Ekelhaft. Ekelhaft! Ekelhaft! Geh weg! Ah, es ist eklig. Teamfight on board. Was willst du eigentlich passen? Auf die... Keine Ahnung, ich wollte dich tot sehen. Nein. Aber ich... Da hagen sie, meine Assists. Ich hab zu viel gewollt, ich hab zu viel gewollt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hast Aids. Aber so ähnlich. Oh mein Gott. Ah, Falle! Weißt du noch das Spiel, wo ich in wirklich jede Catelyn-Falle reingerannt bin? Ja. Das war so lustig. Ich war so angepisst an dem Abend. Du hast mich einfach so angepisst, dieses Spiel. Ich hab... Ich glaub, ich hab jeden in diesem Spiel angepisst, aber so extrem. Ich war einfach auch so angepisst an dem Abend. Einfach so viel Pisse, mach. Pisse aus deinem Arsch. Oh mein Gott. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Ich hoffe es nur, Junge. Was sieht das auf Fall durch? Ja, was denn? Du hast mir meinen Arsch gerettet. Du hast mir meinen Arsch gerettet. Du hast mir meinen Arsch gerettet. Boah! Ich wollte es, also hab ich es mir genommen. Was geht da für Action? Was geht da für Action? Was geht da für Action? Oh, oh. Action, Action, Action. Oh, eine Lowlife-Niederleck kommt da. Von rechts. Oh. Oh, noch mehr Action. Noch mehr Action. Hardcore-Booms-Action. Hardcore-Booms-Action. Du hast vergessen. Das Niederle-Hart-Damage machen. Wuhu! Ich dir ab No-Life-Niederleck. Ah, opi, opi. Du kleines, glückliches Scheiß-Teilchen. Und dann hör auf zu sagen, dass du fat damage machst, wenn deine Teammates mehr damage machen als du. Das ist eine Lüge. Ja, weil es war einfach so. Du hast die einfach nur. Thomas, krall in dir. Kicken. Das war wieder warm. Oh, wie geil. Abgesehen, Pass, wie lange hast du jetzt gerade gegen Norman gekämpft und ich kam einfach an und auf eins Speer raufgeschmissen. Nicht so lange, jetzt hör auf dich rechtfertigen zu wollen, das wird langsam lächerlich. Das sind Brüder, also die müssen streiten, liebe Zuschauer. Ich muss sie einfach fertig machen, ich kann ihm das nicht gönnen. Mach ihn fertig, mach ihn fertig, los. Komm nicht drängen, mach ihn fertig, los. Komm schon, komm schon. Wieso bist du eigentlich zwei Level höher? Weil ich's kann, Mann. Mach den Baumann, mach den Baumann, ja, Mann. Der hat bestimmt heimlich auf Wissen geskillt. Gön. Ach, ess ich mal nur was hier. Nein, falsche Richtung. Tack. Der Yeti hier. Da wird ich schneller, da wird ich schneller, da wird ich schneller. Oh, verdammte Scheiße. Go, go, go. Oh Gott, bin ich da ja. Go, go, Power Rangers. Oh, Scheiße. Das ist Bär. Was haben die an so einem Gegnerteam? Da, 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 da würde ich jeden Fall die mehr holen. Stopp dazu. Zeit, ey. Wen hast du eigentlich gerade ignited, Mike? Wo bist du denn jetzt? Du hast sein Double ignited. Nein, hab ich nicht. Doch, das brennt in dem hergelaufen. Stirb Kai, bitte. Nein. Sag mir nicht, dass ich mich verdrückt hab. Ach, das gibt's doch nicht. Doch hast du gerade eben. Glaub ich nicht. Ich wurde ignited und sein Double wurde ignited. Nein, das glaub ich dir nicht. Hast du Ignite Damage bekommen? Go, go. Dein Ernst? Ja, ich chase dich wochenlang. Wuuuuh. Du bist so ein Arschlo. Wuuuuh. Was erwartest du denn? Er kann halt nicht mit echten Champions ausweichen, zu mir und sein Niederlande spielen. Ist echt so. Weil du warst ja auch nicht das Spiel dabei, wo ich einfach Irelia mal gespielt habe. Warte, warte. Du kannst keine echten Champions spielen. Ja, was ist denn? Gleich kommt er an mit Master Yi, ist ein echter Champion. Kragas OP, Mann. Sorry. Sorry, wir können wieder ernst sein. Matsu Rengas ist ein echter Champion, oder? Ah, was ist das denn? Ah, es ist ekelhaft. So wie sie ihn down-genervt haben, ist das Early-Game echt nicht mehr so... Ich hasse Skype, aha. Skype ist ekel-erregend, aha. Monster! Nein! Ihr seid alles Monster! Oh, das ist das uncool. Wer war so geistes? Ihr seid geistes, Kragman! ULTI! 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 Ich hab Norman auch noch ganz schön Damage gemacht. Ah, wer... Dieser Penner, der mich auch jeweils bei Skype hier anruft, der soll gerade mal auflegen, ey. AAH! Rage-Modus. KORUS! Rage-Modus! Rage! Los, Dodo! Oh, dann kommt das Double-Kriege, oder wat? Hmm... Dodo, penetrier es, ihr Haar! Endlich, hat er aufgelegt, ah, ha, ha, ha! Danke für das Spiel! Er penetriert, ihr Haar! Jetzt wird irgendwer anders angerufen, oder was? Hmm, ich nehm das da. Kai, verschwinde, bitte. Ach, komm, wir sind noch. Ach, Kai, sei doch einfach mal freundlich. Tada! Boah, geh doch weiter da! Mensch, Mensch, Mensch! Ich bin zu schnell für diese Welt, sieh's ein! Gott, Damage! Kretz-Skill auch noch? Jörg Moritz, ich esse einen Orgasmus her. Hey, Thomas, Thomas, aufwachen! Aufwachen! Ja, aber er hat mir Damage gemacht. Hätte mich auch soeben schon erledigt. Nein! Geh weg, Pass! Niemand mag dich, Mann! Sieh's ein! Ja, ja, komm, verpiss dich einfach. Komm, 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 versieh's, versieh's, versieh's. Du siehst dich, ich weiß, dass du dich siehst. Aber du kannst ihn mal treffen! Nein, da will ich dich! Wup, wup! Ja, ha, 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 ha. Ja, da ist so ein Wölfchen. Das ist meine Minions. Das ist raus, was meine hat. Das war eine Bandage. Wird sich verarscht! Was ist denn da? Das ist lässig! Komm, Thomas! Thomas, das ist jetzt... das ist leute Fack doch die Fight ohne mich, Ard, ich will auch Filz. Wie scheiße ich einfach sein! Ah, wie ich einfach voll rechtsklick auf die Colabs gehauen hab! Scheiße! The Power of E.T. Nein, 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 aua! Oh, Mann! Ich hab das voll nicht mehr gepeilt und einfach rechtsklick gemacht und voll auf die Golems! Du bist so ein Horstreich! Ist Mike noch gestorben? Ja, weil ich voll auf die Golems gehauen hab! Ich hab grad einfach so übelst gelacht, ich hab Pipi in den Augen! Oh, Scheiße! Wie geil! Einfach voll wegen... LOL! Wegen Bratwurst! Wie oft ich einfach da hin und her rennen konnte, Mann! Paas? Ja? Hallo! Hallo, Paku! Hallo, Krawatte! Hallo, Paku! Ich war mal eine Kuh! Das ist im sechsten Part so cool! Geht weg vom Auto! Dein Ernst? Hast du mich jemals auch nur irgendwann... Ich hab dich getroffen! On my way! Hohohohohohohohohohohohohohohoho! Mein Geld! Warum musst du mir immer die kleinen Minions кlaut? Städte Ekelvieh es ist von viel mehr Interesse für dich neun neun Zoll ich kann leider nicht sagen wo du bist ich hab Zeit ich will mitmachen obwohl ich will der Agro ach guck mal ein Galio oder doch ein Thomas ich will was wenn ihr mir so kommt ne dann hab ich heute keine Lust drauf ich hol dich ein wo ist eigentlich unser Cobus hin der ist doch total wieder weg warum macht der sowas bist du gerade durch ich mein Speer durchgerannt verrecke verrecke als hätte ich ein Heal ich hab dich vorhin schon gehealt ja ich kann ja auch essen ich bin nicht durch dein Speer durchgerannt du hast einfach mal wieder nur beschissen gezielt du kennst meine Skills Shots ich sag nur Ari drei Minions stehen vor dir scheiß drauf ich treffe dich trotzdem das ist einfach nur Luck das ist Luck das ist so gepackt drei Minions stehen fett voreinander nichts geht da durch aber Ari Torn Ari Torn ist ok los 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 komm 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 fresse da sie ja das ist eine Falle das ist eine Falle das ist eine Falle ach ja danke ich kann ja eigentlich so beschissen spielen und trotzendrette wie wir passen Ja, passt, da hat er dich fertig, guck mal. Bin ich im Jungle? Ja, okay, das rechtfertigt ist. Was ist das hier da für eine Zeit? Nein, die sind zu zweieinhalb. Oh, guck mal, du hast. Immer schön kiten hier. Immer diese Juden. So, dann bekomme ich einen Anruf, den lehne ich noch schön ab. Hallo, Pass. Ein Hinterhalt. Loll. Bäm. Duo-Counter-Ult, einfach instant. Hier gerade zwei und... Oh, was sollst du für ein Speer? Dieser Speer durch alles durch. Wollen wir das nochmal verfolgen? Wollt er da? Also, Kobus, Kobus, renne, rette deinen Arsch. Aufpassen, Amumu-Kuh, Nidali-Kuh und du bist tot. Aber dieser Speer hat euch alles durch, ne, Thomas? Das war cool, ne? Das war cool, ne? Das war einfach extrem lustig. Das war extrem lustig. Ich dachte mir so, nein, Norman, töte mich. Norman, töte mich, scheiße Speer. Oh mein Gott, ey. Das hatte ich geflasht, ne? Das hat dir so der Bekannte gegeben, Mann. Das war mega hart. Tja. Wieso? Ach, Pass steht nur an der Base, wollte ich gerade sagen. Wieso ist Pass langsamer da als Yorick? Weil sie sich an Yorick Murray erinnern werden. Cool. Ja, so ist es halt. Warum hört man von Norman einfach eigentlich nichts die ganze Zeit? Ist er schüchtern geworden? Hochkonzentriert bei der Arbeit. Das nennst du Arbeit. Irgendjemand muss sein Teamjagd carryen. Ist echt so. Ich hatte schon fünf Tore, weil meine OIT sind. Irgendwer versucht wieder in mein Zimmer reinzukommen und merkt nicht, dass ich aufnehme. Oh mein Gott, ich finde das so lustig. Ich glaube, ich sollte mal ein richtiges Telefon noch rausmachen. Gleich rufen die mich noch so an. Wo sind denn alle? Macht ihr die schwule Spinne, oder was? Nee, das ist eine Lüge. Dance-Party vor der Spinne. Dance-Party vor der Spinne. So. So. Beat it. Ich hab doch gesagt, ich hab keine Zeit. Ich weiß. Just beat it. Ah, er tanzt. Siehst du das? Siehst du das? Beat it, beat it, beat it. Just beat it. Beat it. Beat it. Beat it. Beat it. Beat it. Nein, jetzt lass mich. Suicide! Tralalalalal. No. Oh, schade. Ich dachte, er zieht uns einfach alle jetzt gleich ran. Es ist so schlimm, zu Hause zu wohnen. Ult. 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 Jetzt werde ich noch beschissener spielen. Ich verkaufe alles und werde jetzt mal nur HP-Ports holen. Das ist die richtige Spielweise. Wenn du das machst. Dann bin ich ein Trawler. Report ich dich. Willst du mich wirklich reporten? Habe ich schon mehrmals. Was? Warum reportest du mich? Mit dem Grund, es ist Thomas. Arschloch. Ich gebe dir so gut wie immer. Teamwork und geworfen. Es ist ein gegebenen Grund, er heißt Björn. Das hast du jetzt gesagt. Er ist Tommy D. Ah Junge, hör auf damit. Er ist Tommy D. Finest gay porn online. Das ist so ekelhaft. Thomas, du hättest du noch wusste es. Ich wusste es die ganzen Jahre nicht. All die Jahre hast du vor der Kamera gesessen und es nicht gewusst. Das tut mir schon leid. Und alle, die du geskypt hast, dachten sich nur. Boah, aber er ist dead hier. Wir haben einen treuen Freund verloren. Na ja, treu. Weiß das nicht. Der sexuelle Börse. Treu, scheiße. Faden, da. Danke, Gobos. Ja, gerne. Fahre. Was ist das? Mau. 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 The power of Yeti. The power of Yeti. Kobos, nicht schlafen. Alter, Alter, Alter. Oh fuck. Das ist zu spät. Jetzt rennt er nicht mehr hin. Oh, was süßes. 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 It's, it's, it's. So ist es. Hass, möchtest du dazu Stellung nehmen? Ich weiß, wie man diesen Herrn gut zum Lachen bringt, indem man einfach tolle Sachen sagt. Das kurze Sorge mal. Was wäre, wenn du so wie der Typ aufs Family Guy wärst, der Pirat, ohne Arme und Beine? Der Staub. Der Staub. Der Staub. Der Staub. 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 Komm rein. Der Staub. Er kriegt sich nicht mehr auf die Reihe. Staub, Dom. Einfach dieser Synchro-Flash. Ich bin ein Schmetterling. Mit dieser Party ohne mich. Ein hässiger Schmetterling. Oh, Schmetterling. Der gibt doch Gold, um ihn töten. So, wer feedet das meinem Team? Ich. Sehr schön. Schön, dass das geklärt ist. Was ist im Gegner-Team? Keiner. Doch, Norman. Norman. Norman, viele Freeport. Ich bin nur der Supporter. Wir sind uns wieder einig. Sehr schön. Wir sind lange. Wir müssen schlechtes Dähter, beziehungsweise, ich habe immerhin noch 15 Assists. Ja, ohne Kills, keinen Assists. Da muss mein Team dann auch mal was regeln. Ich habe vier. Ja. Be care. Bad Ass. Ne. Los, wir müssen Humphrey einnehmen. Ja, ich bin wohl von mir und gehört. Ich hatte keine Lust. Du musst ja auch nicht immer. Zwingt dich ja auch keiner zu. Nein, wir nehmen's ein. Jetzt. Na, dazu habe ich jetzt keine Lust. Nein, ich möchte das nicht. Ach, deine Speere gehen wir doch mal auf den Sack. Da habe ich nicht sehr getroffen. Ja, auch damit. Das war voll ein Random Shot ins Nirgendswo. Ins Nirgendswo, Jungen. Du hast ein tolles Minion getroffen. Das war mein bester Freund. Das war's. Nein. Ich hab halt an. Nein. Passt. Das wär's zurückkriegen. Nein. Du darfst mich zur Vorkossen, ihr Assists. Echt mal, ich hab keinen Schaden bekommen. Ich hab an meinen Verbrennung gestorben. Es ist schrecklich. Ich schmelze. Die greifen mich an, die Minions. Es hilft nicht, Mike. Deine Hier sind für den Arsch. Mir fällt gerade mal so ein. Man könnte Moon Amarna auch bauen, wenn man sie AP spielt. Könnte man auch. Einfach wegen den, ja, wegen den, ähm, Qs. Das sind ja auch Single Target Dinger. Also wegen den Sperren. Ich glaube, es geht aber nur bei Anklicks. Nee. Das blockt. Okay. Ich hab wieder wunderschöne Hunde im Hintergrund. Bei mir fällt keiner. Bei mir aber einer. Warte doch, ich hab sie. Siehst du. Oh, wir haben uns verloren. Was soll gemacht, Thomas? Never surrender. Einfach rein. Deswegen feedet er jetzt. Einfach rein. Ich muss weg. Ich hab kein Leben mehr. Okay, dann will ich auch. Aber ich kann auch kämpfen. Brenner. Kann es auch zu uns kommen? God. Immer diese störende Hintergrundgeräusche. So schlimm. Danke. Nein. Na. Haben wir sie doch noch bekommen. Der wunderschöne Mord. Hat er dann einmal den Heal des Todes gehabt. Na, jetzt geh ich auch mal zurück mit 4.500 Gold. Jetzt sind wir am Arsch. Ach du Scheiße. Wie die Minions da einfach am Puschen sind. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Rulti. Nein. Er will's verhindern. Super Farm. Haltet ihn irgendwie auf. Wär ich jetzt OP, ne? Dann hätte der gesessen, ja. Dann wärst du jetzt tot, Mann. Das wär ein One-Shot-Kill gewesen. Kann ich, ja. Ach, ernsthaft. Mach mal einen den Real-Life-Simulator da aus. Das nervt mir den Vögel. Ja, tut mir leid. Es sind halt die Vögel, die Vögel die ganze Zeit. Jetzt, der Garten-Simonator. Echte Naturgeräusche. Voll krass, die Natur. Voll krass, die Natur, ey. Kriegst du für 10 Euro bei Amazon. Wegbleiben, Mietzekatze. Mau. Böse Mietzekatze. Ich bin in letzter Sekunde aufgetaubt, wie ein Superheld. Tada, tada. Tower, beschütz mich. Fast. Fried, Fried. Er ist stark geworden. Tower, beschütz mich, war schon tot. Ne, 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 ne. Wolti, goldi, wolti. Voll durchgespielt. Nein, Norman, du Scheißkerl. Norman. Ich lebe. Norman lebe. Norman, Mann. Die Wölfe sind scheiß aggressiv, wenn sie von Sonnenumfall Feuercape hier stehen, ey. Wir brauchen hier Assistance. Greif dich gerne an. Oh mein Gott. Oh, was ist denn das? Oft Lack zu haben ist Skill. Ich war gerade klar, es ist kein Lack. Das ist Skill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, oh nein, bitte nicht. Wie, ich bin da. Flie. Komm. Ja, ich wüsste noch zauern, aber bist du tot. Ich habe nichts mehr. Ah, aber jetzt habe ich 600 AP. Schrecklich, töte das. Kill it, bevor es briezt. Töte das, bevor es Eier legt. Na Leute, ich muss jetzt weg, tut mir leid. Was? Ehrlich? Mitten im Let's Play, Alter. Ich glaube es ja nicht. Jetzt verliert ihr noch, passt auf. Wir fangen zusammen, die killen irgendwie und Ablenkung. Keine Ahnung. Die Minions machen den Rest, ich bin weg. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Dass du in der Zwischenzeit nochmal reinkommst. Ich merke das gar nicht. War doch ein schönes Spiel. An der Cover-Spieler. So, bis dann. Da gibt sich jetzt der Verkäufer aus. Nein, ich bin ein... Äh, ich bin ein... Was war denn das? Ah, ist doch schrecklich. Es hat gepiept. Dance Party. Aber Romo ist nämlich eigentlich ein Assassiner. Ist da nur nicht aufgelistet. Bei den Charakterjahren. Alter, was sind das für Hintergrundgeräusche teilweise? Echt, ey. Piep, 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 piep. Wow. Komm her. Fürchte meine Macht. Die, 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 die... Wieso müssen wir eigentlich den Liefer kriegen? Weil wir scheiße sind? Weil wir gerade am Gewinnen waren. ist ja 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 und er hat auch 13 kitzern und ich werde lieben greifen hat sich wenigstens england tor stecken soll ich auch sie mit den meisten kills von euch liefen ich wollte ihn noch waren wovor willst du mich waren es war nicht mehr rechtzeitig du stirbst gleich okay versuch mal mit weg thomas zieh dich zurück es ist zu stark kubus danke für den tipp ja gerne oder so aufpassen thomas da kommt gleich wer wieder oh du bist ja schon tot du bist so tot komisch du bist so tot spiel mit der mumie spiel mit der mumie ich denke ich habe keine lust zu spielen aufpassen ich habe nein gesagt ich krieg dich nach nur sechs jahre komus muss damit schon zu wollen ja ja ich habe fast tot bekommen ja das war mega eklig was hast du denn getan preis ich darf mal sterben natürlich darfst du das liegt alles an der ulti das ist echt so natürlich alter was ist denn das für eine scheiße du versuchte uns um mich wieder anzurufen diese beleidigung ist nichts gegen mütter deren die ihren körper verkaufen so frauen des horizontalen gewertes damann damann das habe ich auch gesagt als wir das letzte mal in hamburg noten gesessen ich renne renn hilf mir was ich bin nein entscheid dich hilf mir und renne thomas bist du denn das wahnsinn jetzt einfach abzuhauen die statua die statua ich habe versucht dich zu wahren ey ja jetzt hat er das game verlassen jetzt ist er offiziell ein diefer der ist bei uns schon raus als ihr gesagt als er gesagt hat ich bin immer weg ja dann hast du sofort rausgegangen und hat keins mehr gemacht so steinmann du wirst zu morgen gehen ich will nicht mit dir spielen lass mich steinmensch hast die angst in der mumie ich bin groß und schwerfällig das wie ist das schön oh was ist es was ist es was ist es was müsst ihr beide da raus ha 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 aber ein Schlachtfeld mit euch okidoki lässt sich fegeln wohl eine schöne idee nein was süßes nicht süßes ich will dahin lass mich da durch ich sterb doch eh schön ist es auf der welt zu sein komm ich muss noch ein bisschen leben sagt der bieber zu dem schlachelsprach schrein also ich lebe ich lebe auch noch finde ich ganz nice du bist auch ein opfer opfer ich bin ein opfer okay Natur Thomas komm her lass uns ein spiel spielen komm du bist ad ja und ich will nicht mit dir spielen hab mich lieb verdammt nochmal lieb mich oh der süße da oben ist es auch dreckig hast du deine haare aus dem thomas willst du einen richtigen Hasen sehen komm ich zeig dir einen richtigen ich will keinen richtigen AAAAAAAA HASEN AAAAAAAA HASEN das blick das Amu der langsamste Champion ist den ich kenne coffee not run speed er hat nen dicken Kopf und er hat kleine Beine was erwartest du verdammt nochmal sehr viel wenn ich ehrlich bin nicht Kogus ah danke Kogus ja das war jetzt äh beabsichtigt natürlich erwartest du von relaxer auch dass er aufwacht bist du blöd oder sowas mal ganz ehrlich ihr schafft das warum hab ich keine Kogus Ulti gehabt JAAAAAAA da stirbt er Steinmann ist left lol du kannst noch einnehmen wie asozial ist das denn es ist eine Einheit von uns alles was eine Einheit ist kann oh tot kein los los bin ich dämlich hab ich grad den Double Kill gemacht waren wir grad 2 gegen 3 am laufen ja das ist gar das ist sowas unegal das ist sowas unegal ich bin einfach weg ich bin einfach weg ich bin einfach weg nur Leute wir sehen uns kannst du das Echo ab kannst du das Echo ab oder was machen so jetzt darfst du auch die Szene los pass hau ab ach Hilfe dann noch richtiges Spiel ein richtiges Spiel ich finde es ist ein richtiges Spiel du bist auch so ein richtiger ich bin ein richtiger Junge ich bin ein richtiger Junge ich bin ein richtiger Junge ich wollte mal richtige Junge machen das sind mit deiner Meinung nach richtige Junge ja das habe ich dich damals auch schon gefragt kommt ein Passi weißt du du bist so dreckig mit der Niederle ich mach denn das hier das kenn ich noch gar nicht so was geht denn bei euch gerade für eine Action Mike lass dich doch von den Supervasalen umbringen hallo Mike du Monster Stein da geh ich rein alter wehe Mike kriegt dich du stellst dich gerade auf mich ein ich glaub's nicht du stellst dich gerade auf den Schwein weißt du du kriegst dich einfach nicht weil du zu behiltert bist weil du einfachst das Körbegeinschiff es ging nur darum dass du drauf gehst es ging nur darum dass du drauf gehst ich hab keinen Mahn an SOS 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 mir ist alles egal auf die Sache du stimmst also du hast hier steht so ne halbe Minute gebraucht hast du mich zu töten ne halbe Minute ne halbe Stunde mindestens ne halbe Minute sag ich so ne halbe Minute ne äh ja ich hab's schon mal wir haben gewonnen wir haben gewonnen bis zum nächsten Mal die Schweine tschüss tschüss Vielen Dank.